jetzt kann man definitiv sagen dass es wieder vorangeht heißen vorräte sehen in ordnung aus hier gut ich finde auch unsere beiden laternen da machen was her ich könnte noch mehr produzieren eigentlich mach mal acht stück so werden wir schwefel und eisen los und beleuchten unsere burg ein bisschen besser ja gerade nichts zu tun weil keine steine oder kaum steine da sind ja 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 und ja eigentlich bräuchte der turm eine treppe aber da könnten wir ruhig eine außentreppe machen weil wir wollen ja auch das plateau betreten und verlassen können also wenn wir es so sehen ja 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 das immer wieder das hier nehmen und hier so dran packen ja 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 Ja, das hier ist halt die interessante Sache. Wie kommen wir da ran? Sagt bloß die Steine... Ah, die Steine hier sind abgebaut. Okay. Und die Steine hier, kommen sie an die ran? Ja. Na gut, wieder Leute den Steinbauch schicken. Und ja, in dem Bereich können wir auch eine Bodenformung machen. Ah, nicht ganz so übertrieben. So. Na ja, das kann er auch in den Bauauftrag mit rein. Die abreißen. Die abreißen. Hier wird auch fleißig weiter der Turm gebaut. Ja, das finde ich halt wirklich ein bisschen... Doof, dass man hier nicht die Oberschicht wieder auffüllen könnte. Kann. Das kann von mir aus dann auch ein extra... Befehl sein. Ganz ehrlich, in einem Spiel, das auf Ästhetik getrimmt ist, ähm... Es ist irgendwie unpraktisch, sowas nicht machen zu können. Und ja, der Setbox-Modus ist auf Ästhetik getrimmt. Kann man mir sagen, was man will. Da sitzt einer fest. Das ist auch Reiterfest. Und ja, wenn wir es so machen, dann kommen wir an den Teil der Mauer. Ja. 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 Erstmal... Falscher Bauauftrag. Ich brauche den Bauauftrag. Mir fällt da nämlich grad sowas auf. Mir fällt viel auf. So, erst mal das. Dann... Wieder die Treppen. Und ja, wenn wir die Eingänge in O2 hochmachen, dann reicht das vollkommen aus. So. 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 Sag mir bitte nicht, ich habe den Bauauftrag gecancelt. Doch, ich habe den Bauauftrag gecancelt. Gott, da kommt jetzt alles in einen Bauauftrag rein. Da pfeife ich jetzt einfach mal ganz zielstrebig drauf. So. So, jetzt ist es wieder eine Waffe auf. So. 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 So, erstmal das. Ach, und ich habe vergessen, es gibt ja zwei Eingänge. Ja, wie ich gesagt habe, wir kommen an den Punkt da, wo es langsam etwas frickelig wird. Okay. 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 Äh... Nein, da runterspringen ist, glaube ich, keine gute Idee. Da bist du nämlich da gefangen. Da kannst du jetzt runterspringen. Oder auch nicht. Da wird mir nicht froh, wenn wir irgendwann mal auf der richtigen Höhe sind. Ach Leute, ihr könnt doch nicht die Steine so verteilt nehmen. Komm, nimm da den Stein weg. Weißt du was? Pack mal die Einzelsteine und pack sie auf die... ...Stapel hier vorne. Da nehmen sie nicht so viel Platz weg. Wir sollten auch wirklich versuchen, die Stockpiles gleichmäßiger zu leeren. Du läufst echt mit dem einen Einzelnen. Okay. 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 So, jetzt weiter Flickenschusterei machen. Wird jetzt gerade noch irgendwo... Nö. Ja, zweier Türen reichen vollkommen aus. Dreier Türen hätten blöd ausgesehen. Okay. Das war's für heute. und wir haben ein loch ins freie gegraben ja 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 Oh Ah, ich hätte keinen neuen Bauauftrag So, in dem Bauauftrag nehmen wir jetzt mal die nächste Schicht Ich da unten So, jetzt ist es gerade egal, warum wir es machen, sieht eh keiner mehr nachher So Kopieren und auf alle draufsetzen